so willkommen zurück zu Farquay Primal so ich hab jetzt hier zwar immer noch nicht gefunden das verstehe, das haben die total scheiße gemacht ach komm, weißt du was, ich renne jetzt dahin so, wo ist der da lang ey, das ist mir irgendwie wie soll man das auf der Karte finden, wenn es nicht mal markiert ist von daher das ist das Einzige, was wir herstellen können so Jagdfell, Braunbärenfell Südstein, Staub brauchen wir noch eh, Südstein, oh man ey Nordseeder, Nordschwarzstein, Nordton warum auch nicht ach du scheiße da leuchtet irgendwas fröss mein Pfeil sehr schön der kriegt ja so mein Fall zu fressen, Alter meine Fresse, Alter das war aber schön, was ich im letzten Part nicht gefunden habe hm, geile Sache wie möglich das ist indska irre realizing sehr schön sieg erstmal da rüber kann nicht viel aus schwimmen schauen wir mal oh der rennt einfach da so lang trotzdem erwischt noch so fein gemacht trocken fischlager ort entdeckt suchen und retten hier friss schweig 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 dann gucken wir mal wo der ist ey da kommt der gleich ein Bär alter was das denn der für ein Scheiß schweig schweig Scheiß Wolfshöhle man hat auch erledigt so wir können es hier um Gott herstellen seltene Fehler nioh, warum denn nicht? so Fähigkeiten liegt noch nicht, ist klar so suchen und retten wieder, Konflikt töten, äh Bestie töten ist immer der gleiche Scheiß, vernichten Schwierigkeitsschwer da ist nicht mehr viel, da oben haben wir noch 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben wir nicht, wird ja immer mehr wir können es versuchen, verschwischen kann ich nicht ein ok mal k da hat mich mal wieder eine schöne Keule Tiere befreien seltene Südahorn wir kümmern uns um den hier ja ja komm her ja Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Scheiße, ich wurde geziem, ey, auf jeden Fall. Stärke, alter Scheiße, ey. Hm, naja, das habe ich noch nicht so raus. So. So. Kröder. So, du Kettenwahl. So. 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 So, hier. Fress den Scheiß. So, dann gehen wir mal da hin. Oh, was haben wir hier? Südstein. Komm ran da. Was ist da fein gemacht? Hier, Belohnung. Angreifen. Dann rennen wir hier hin. Grab der schlafenden Galun. Dann gehen wir mal da hin. Dann gehen wir mal da hin. Da geht es um ein Ding. Dann gehen wir mal da hin. Dann gehen wir mal da hin. Was soll die Wasserhöhlen? Unbekannte Ort. Ah, blaue Blatt. Mann, jetzt haben die Scheiße gemacht. Man weiß nicht, wo man suchen soll. Da ist ja auch eine Strömung. Hm. Hm, hm, hm. Äh, das ist totale Scheiße. So, wir kriegen das nochmal da oben hin. Das kann ja irgendwie nicht sein. Scheiße. 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 Ränder. So, da müssen wir aber ständig rumlaufen. Ja, hab mir schon beinahe gedacht. Komm, schneller hier. Ähm. Ehrlich. So, da haben wir aber 80 Meter. Ah, man muss sich irgendwie ganz schön dran gewöhnen, ey. Da oben ist voll das Haus. Ja, ja, das ist die Scheiße hier. Oh, fuck. Komm, 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 komm. Du scheiß Mist viel, ey. Nein, was macht denn der? Oh, fuck Das erste Mal, dass ich hier verricke, ey Ach, Mann, verdammt, ey Oh, fuck Jetzt kann ich da wieder hinrennen Scheiße, ey Das war natürlich scheiße Hm Ex-Long my ne-Mortje Noooo Ich verstehe mich Jaaaaah jener von uns keine Reaktion schlager ja erst die bären dann die tüge Ah, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! So... Wo kommen denn die alle her, hier? Oh, wo war denn das jetzt so? Mann, fuck, ey! Wo war denn das jetzt so? Mann, fuck, ey! Da ist nicht... Ah, egal! Oh, Mann! Ach du Scheiße, da kann man gar nicht hoch, ey, wa? Das ist natürlich ganz schlecht Hm... Würde ich sagen, machen wir erstmal Stopp und machen in der nächsten Runde weiter, also... Haut da rein! ... ... ... ...